Der Faschingsdienstag gehört in Frankfurt traditionsgemäß den Narren in klar Paris. Und auch heute haben sich beim 173. Umzug wieder über 100 Wagen durch die Altstadt von Heddernheim geschlängelt, ganze zwei Stunden lang. Für eingefleischte Heddernheimer ist der Faschingsumzug ein absolutes Pflichtprogramm und den meisten Teilnehmern gefällt er auch sehr gut. Ich bin schon seit 50 Jahren auf dem Zoo hier. Das ist der schönste Zoo. Da können sich Köln einkassieren. Wir sind ganz begeistert. Der Paul hat ganz viel gesammelt und wir sind ganz begeistert. Sag mal was. Sag mal hello. Ich kenne es von früher. Ich bin hier groß geworden und es war früher besser. Den fand ich ganz toll. Also ich bin immer eigentlich nur in Heddernheim auf dem Umzug, weil das der Beste ist. Mainz und Köln kommen gar nicht dagegen an. Die beste Stimmung weit und breit, die hat klar Paris zur Fastnachtszeit und das seit 1839. Diese Tradition muss man erst mal nachmachen. ... ... ... ... ...